Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Mitteilung. Die Wirklichkeit wird abgeschafft. Forscher haben herausgefunden, dass es sich bei dem, was wir traditionell als Wirklichkeit bezeichnen, um eine Konstruktion handelt, die auf selbstbestätigenden Annahmen beruht. Da diese sich grundsätzlich jeder Begründbarkeit entziehen, ist nun der Punkt erreicht, auf das Projekt Wirklichkeit ganz zu verzichten und nach Alternativen Ausschau zu halten. Eine internationale Gruppe von Experten ist bereits mit der Ausarbeitung solcher Alternativen beauftragt. Erste Ergebnisse werden noch innerhalb dieser Legislaturperiode erwartet. Und nun weiter im Programm mit der Kommune der Wahrheit.